Das haben wir vor Jahren mal gespielt, tatsächlich dieses Ding mit Enrico und Yvonne, glaube ich, noch. Ich stelle mal bei Waffen auf in Besitz, weil sonst ist es scheiße, wenn wir hier ohne Waffe als Staat, ist scheiße. Willst du das wirklich? Willst du jedes Mal spawnen ohne Waffe? Du kannst auch die feste Waffe nehmen und dann aufnehmen. Weil wenn ihr besitzt, du weißt, dass einige dabei sind mit vollem Arsenal. Ihr habt ja alle euer Zeugs da, ihr habt ja alle eure Mega-Waffen. Meine Lieblingsschrotflint ist die Sturmschrotflint, da kannst du einfach rein stören. Ja, wie gesagt, die Karte ist natürlich relativ klein. Na den, starten wir auf ein neues und hoffentlich etwas besser als das letzte Mal. Das sind nur Prügelsachen anscheinend dabei. Hey. 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 Hay. Wo ich hier die sollte es ausweichen und nicht äh… Ich hab keine Waffe grundtäglich Oreos. Grunde oder was war? Das sind nur Prügelsachen hier auf der Märzver Gulf. Aber was? Oha. Was hast du schon da gefunden? Messer? Messer. Ich hoffe, wie wurde er mit der Affektchen Force? so ein arsch da kommt da kommt der bestecher hat den ende gesetzt also ich kann nicht mal was machen alter das was du mag das habe ich jetzt gar nicht erwartet verreckt du fuchs jetzt habe ich ein messer wieso trefft er mich ich rede ich dann passiert nur ein toter fuchs ist ein guter fuchs wo habt ihr eigentlich diese scheiß messer her ich finde das nicht das ist am küchentisch oben wenn du gespawnt bist quasi links davon ist das messer was ich bin ausgewischen jetzt steht ihr wieder in der ecke das war die beliebteste ecke wo wir das mit dem mit schusswaffen gespielt haben diesen modus diese scheiß ecke jedes mal dass du die ganzen kills geholt weil er dann von der dinge runter gekommen ist von der von der von der treppe aua ja ja was ein schlag das war ein schlag das sieht aus aua ja da runterspringt so verreckt fixieren da kommt der nächste also dominik ist on fire ne firefox oder was auch ich stecke Filter's messer in den arsch auch schön 置мо gerne ohhhhcapeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckeckecke killing mir das küchenmesser hat ja bei dem bei den ganzen bluetooth schlafzimmer sieht das aus als hätte sex während der tage gehabt mit deinem krater geht das bestimmt so erst mal den hier weg gestochen alter was hast du denn für eine megawaffe alter hast du noch mal hätte die goldschläger hat ja übelst goldschläger ja alle auf dominik gehen da gibt es doppelte ep das messer ist ein bisschen op muss ich zugeben und hat der mit der brechstange probieren erst mal so abgeschnitten hier weiter das war ein schlag zwei das ist überall blut in dem haus seite weil das massaker warst du den golfschläger ja ich habe den durch den zufall gesehen ich weiß nicht wo er war super alter alle auf dominik los leute hallo er hat sich schon wieder beim kochen geschnitten hier der tritt hier warte mal dass wir haben den fuchs gekillt halte halte ich habe mag ich nicht aber ich hätte ich nicht das muss ich jetzt aber nicht ganz verstehen was ist das goldschläger denn ja rechtstange ah hier der goldschläger geht immer ich hab sie schon gesehen ja ich hab dir voll im kopf ein mein messer gerammt also what the fuck die man dass die die jetzt aber richtig ich habe erst mal ein abschlag gemacht hier mit und gut geflogen alter aber der goldschläger ist gut das Problem ist aber der ist zu langsam gegen das messer ist der zu langsam Oh, Marki hat Füße. 250 Dollar auf Marki ansetzen. Welch? Oh, Alter. Wer kommt aus dem Zimmer raus und kriegt das Messer voll ins Gesicht gezogen? Aber ich hab's gemerkt. Das gibt eine Arbe. Ich hab's gemerkt, dass du da vor mir stehst. Nein. Da kommt ein Fuchs runter. Alter, wie kannst du dich so schnell drum drehen? Alter, was ist das für ein Beschiss? Ja, was wohl? Rate mal. Alter. Ich war voll in den Fuß. Jawohl, ich hab's beide. Ich hab's beide erst mal welche gestochen hier. Alter, erst mal Dominik. Ja, ja. Der hat schon mal 25, ne? Ja, und bei Marki wissen wir auch. Ach. Alter. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Scheide, dass ihr die Messer nicht werfen kannst. Boah. Ich fass mein Leben hier gehabt. Das hab ich einfach... Wo hab ich dich getroffen? Auf dem Kopf, ne? Ja, ich war aber auch fast dead. Aua. Aua. Geht doch. Die Messer müsstest du werfen können, ey. Mit unseren eigenen Wachen wäre das ein bisschen einfacher, ne? Da kommt der her. Da kommt der doch. Geh weg. Der will nicht weggehen. Der will mir die Arschritze abpräsieren. Alter. Der ist aber gar nicht immer so... War gut. Der ist schön gut runtergesprungen da oben. Das war echt def. Das war echt def. Ja, es war mir klar, dass du dich da wieder einmischt. Alter, der mit einem Schlag... Mit einem Schlag, meint der, haut er mich weg, ey. Ja, gut, der hat wahrscheinlich hier... Marky gewinnt die Runde tatsächlich. Nee, der ist jetzt mal... Wenn ich da mit dem Scheiß... Ding, aller... Aaaaah! Ja, schade. Ich glaube, ich hab sogar noch beide erwischt. Ja, ich hab jetzt die Runde jetzt gewonnen, eigentlich. Gigi, Marky. Ich... Von hinten... Ja, das war sehr knapp. Ach, Mann. Aber teilweise mit einem Schlag kam der an, ey. Aber eine lustige Sache, ja. Trotz habe ich die Betze, Karte. Auch noch einen Kill. Aber wirklich, das war so geil, nur wenn kommt ganz gemütlich mit dem Golfschläger aus dem Schlafzimmer raus und ich ziehe ihm das mal voll durchs Gesicht. Das war bis jetzt die geilste Runde. Aber ich glaube, ich hab eben auch einen gut erwischt mit dem Golfschläger, ist aber auch einer gut geflogen. Ich weiß nicht, wer es war, aber von Lovien war es. Ein Drag Race? Ich hab auch Drag. Es gibt Drag und Drift Rennen und die will ich auch mal ausprobieren. Ich hoffe, dass es kein... Kein... Kein Drecks Race wird. Was haben wir denn hier? Meine Wette steht fest. Meine auch. Was ist das, ist das nicht falsch? Ich weiß noch nicht mal, wie es so ausgeht, deshalb... Ich auch nicht. Ich kenne es aus, äh... Aber Sie for Speed, ähm, for Speed. Ach so, man muss auch hochschreiben, okay. Ja. Der Fuchs ist auf dem Ersten, ey. Da, weil ich... Weil ich nicht geschalten hab. Alter, Novin. Hat's doch gereicht, der Platz? Nach, war schon der Letzte. Hä? Der Novin hat mich doch ganz am Ende überholt. Ich wusste nicht, dass man selber schalten muss, sonst wäre ich da vorne auch mit dabei gewesen. Aber, äh, ja. Okay, dann muss ich mir merken. Macht auf jeden Fall Spaß. Das muss man auf jeden Fall uns merken. Das bestimmt auch mal was für zwischendurch, um mal einen Brecher zu haben für irgendwelche... Ja. Schlecker verfehlen, hast du gewettet? Auf dich? Ich hab auch Marki gewettet. Normalerweise habe ich da immer mit Erfolg, wenn du irgendwas... Irgendwas. Ja, da hat ihn... Oha, oha. In Zeppelin County Bank. Jetzt lass mal... Jetzt mal machen mit richtig Waffen, äh... Nein. Fernes. Fernes. Nein, 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 nein. Das wäre ja gar so lustig, wenn es gewesen wäre. Alter, ich will auch ein paar Kills abstauben. Ja, wir gehen heute mal auf das aurorische Kützchen. Der muss 2L leiden. Ja, wir machen heute... Wir machen Team Deathmatch heute mit 3 gegen 1. Alle gegen den Fuchs. Ist nur fair, ist ja nur fair. Kommt doch von für wem. Alter, steh schon hier mit den Leuten gegenüber. Alter, stehst du schon mit 3 Leuten gegenüber. Okay, ihr habt schon mal einen Kill gemacht. Okay, bravo. Ihr wolltet doch auf so engen Raum solche Deathmatches. Das war doch... War doch der Wunsch. Ich hab nicht... Ja, du nicht, aber ihr von den restlichen Beinen. Du bist ja das erste Mal praktisch dabei. Ich bin ja in Knast. Ah! Vor allen Dingen, wie klein das Ding einfach nur. Das mit 4 Leuten. Alter, kann man auch reinschießen. Ist ja auch ein Müll, Alter. Ich kann nicht mal so drinnen zielen, so eng ist das. Du magst das doch eng. Ja. Hab ich dir in Handy gegeben? Aber nicht mit dir. Ja, ne? Erstmal die Waffe. Genau, leg dich auf meinen Arsch. Au. Weißt du, was du machen musst, Dominic? Verdammt. Du so Ding Dong. Ich stehe dich. Ich hab ich da. Alter! Ich war im Knast. Scheiße. Alter. Ah! Möchte mit dem Fuchs? Ab mit dem Fuchs. Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Alter, wieso kannst du mich von da aus treffen? Das ist doch... Also, echt. Unrealistisch, ne? Wollte ich nur sagen. Was? Ach, 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 da von der Seite. Nur Wien geht am Fuchs vorbei, um mich zu töten, auch nicht schlecht. Aber das war gut. Und wird dann von mir getötet. Da hat sich nichts gerechnet. Von wo? Ah! Ah! Du kannst doch nicht mal durchatmen. Wenn du killst sein, du killst sofort wiedergekillt. Ja, genau. Flarrig, der olle Camper da hinter der Theke. Ey, wenn ich immer wieder da gespawnt werde. Ja, alle jetzt auf Dominic. Jetzt ist es ungefähr. Hinter dem scheiß Pfosten klebt der, Alter. Ein Pfosten hinterm Pfosten, meinst du? Ja, passt doch. Nein! Hättest du mich nicht weggeholt, hätte ich den Fuchs gehabt, man. Der hätte noch einen zweiten Schuss gehabt. Der Dominic versteckt sich wie eine Pusse. Alter! Was? Hä? Wieder ab, starb dir wieder. Der Campingfuchs. Ach Gott. Yo! Was schreit ich? Nein, ich muss den Nachnamen. Ich krieg jetzt nichts mehr. Ich war bis 9 zu 14 dran am Fuchs. Und jetzt kriegst du nur noch einen hintereinander weg. Ja, aber ich hab den Fuchs. Aha! Der nächste steht daneben. Ich kann das auch. Scheiß Camper da hinten. Oh, hab ich dich getroffen? Ich kann das auch. Ja, weißt du? Du hast Spawnschutz, weil du gerade spawnt, man kann selber die Leute töten oder was? Ich krieg jetzt aber nichts mehr hin. Ich hab jetzt bewiesen, dass es geht. Das ist mein Aufschutz, Spawnschutz getroffen, wenn du jetzt kannst. Und nicht beim Fuchs, wenn der so einen Schiebmotor wie da drin hat. Ah! Voll in die Fresse von Novian. Ja, von dir. Auf den Rücken. Alter, der macht und macht und macht. Also wie war das mit Strahlen auf den Fuchs? Hangehöhlt. Oh, der nächste. Schade. Ich wollte mich schon anvisieren. Ich hab's gewert. Klarisch, ich hab's gewert. Das Ula. Ah! Boah, ich hab aber nichts heute gemacht. Ja, wir hätten die Zahl etwas erhöhen müssen. Ja, wir hätten auf 200 Kills gehen müssen, ey. 40 ist das höchste, was du einsteigen kannst, sonst kannst du nur ausstellen. Ja, dann machen wir das nächstes Mal, wenn wir das nochmal machen. Okay, mach die käft. Ja! Schon dabei, hab ihn. Ah! Was? Du bist direkt vor mir gespawnt. Hä? Hä? Wo hast du mich getroffen eigentlich? Ich hab ihn gar nicht, gar nicht gesehen. Der ist so schnell auf den Kopf, da kannst du gar nicht gucken, ey. Nee, das war jetzt Marky, meine ich. Temp. Den hab ich jetzt nicht gesehen. Äh, ich bin direkt vor dir gespawnt. Aber das war doch ein Headshot. Alter! Der ist von Novian und. Das wird sie geholt. Der ist mit Beinen, der ist nicht gewiss. Gott. Mann! Alter! Hinter mir oder vor mir? Echt? Also, sie sehen die Leute doch noch nicht mal so schnell sie ist. Bist du tot. Oh, die ist nachgeladen immer. Stirb, du. Glücksfuchs. Mann! Geh doch mal auf Kessler. Und nicht auf mich. Ja, bin ich. Ich bin eh letzter. Oh! Ja! Ich hab's noch geschafft. Du willst deinen Schuss gegnern. Alter! Das hat aber Spaß gemacht, muss ich ja. Er hat's auf engen Raum, der war nirgendwo sicher. Ja. Klar, ich bin drüber. Du bist schon. Wir machen das nächste Mal auf Zeit. Ja, ich fang dann zu... Ja, wie dem Scheiß, zwei Tote weniger als nur, wie bist du dritter. Wir hätten das Ding auf Zeit machen müssen, nicht auf Kills. Ja, ich kann ja vorher nicht ahnen, dass da Schrotflinten drin sind. Dann wissen wir aber, was fürs nächste Mal. Wir lassen den auf jeden Fall weiter oder nochmal machen. Definitiv. Aber wir stellen dir den mal mit acht Leuten vor. Ah! Ja, ich bin glatt. Ja, ich bin glatt! Ja, ich bin glatt! Ja, ich bin glatt! Ja, es ist glatt! Das ist glatt! Oh! Ich bin glatt! Ich bin glatt! Ich bin glatt! Ich bin glatt! Von darum! Und zweit gemacht ganz gut ganz gut! Du bist schnell! Ähm! changed. Cecil! Wer hat das geht